Oh, 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 oh Und wieder ne Woche ungefühlt, fünfmal Montag Die Zeit ging schon, jetzt ist es rum, jetzt ist es vorbei. So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Tag 2 der Beerdigung zeigt dich richtig perversus-Tour. Gestern, auch ein besonderer Tag, meine Frau und ich sechs Jahre Hochzeitstag gehabt. Anstatt, dass sie mit mir am Strand liegt und ich ihr den ganzen Tag den Rücken massiere. Und sie begießen mit Caipirinias. Nein, stand sie wieder am Mördstand und hat sich den Arsch abgeschafft. Von Herzen Dankeschön. Auf an unsere ganze Kofe, vor allem den Max, der da gerade hinter der Kamera steht. Und unser ganzes Gebabbel so aufnimmt und was wir so tun. Obergeil, ohne euch wird gar nichts gehen. Ja, heute sind wir in Kaiserslautern, ihr seht's. Ich glaube, heute Abend ist das Motto... Direk-Sau-Party. Kaiserslautern, es wird geil. Ich bitte. Servus, liebe Versus-Community. Ich bin der Johannes, ich bin heute Ersatz für den Sascha. Ich zeige los, zieh die Raven auf. Die Sonne scheint und das Verdeck geht auf. Ich dreht aufs Gas, ich dreh die Regler hoch. Mit der Stunde des Siegers doller ich vom Hof. Und wieder in Gedanken, bin ich nur bei dir. Gutsang! Baby, du machst mich ab. Jetzt fängt was Neues an. Heute gehen wir alle stein. Före dich durchgepalt, schon leider geil. Baby, du machst mich ab. Jetzt fängt was Neues an. Heute gehen wir alle stein. Före dich durch die Beine, schon leider geil. Ein geiler Tag, ein gutes Gefühl. Die Sonne nacken, das Bier ist kühl. Die Flamme heiß und die Brüder sind da. Was kann's Besseres geben für mich? Hutsach! Heute sternenklar, ich blicke hoch und fühl mich wunderbar. Nur mit euch in diesem Augenblick. Und ja, ich weiß, ich bin zurück im Glück. So wie's ist, kann's gerne bleiben. Lasst uns rutsch! Leser und Kuss! Defendern und alle! Woa! 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 Keine, 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 keine!